Ich weiß, dass der gute Gronkh an seinem Life in the Woods, Let's Play, hat ja glaube ich eine riesengroße Vault gebaut, also Fallout 4 Vault quasi. Ja, könnte ich ja auch machen, ne? Ne, ne, sorry, also das ist mir dann doch, das, 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 ne. Okay, das ist schon heftig, also da kann ich auch nur Respekt sagen und das ist schon krass, sowas, aber das wäre nix für mich, ich bin eher so, so Marble, muss irgendwie, weiß nicht, irgendwie so eine schöne Wohnungseinrichtung mit Marble wäre toll, also irgendwie halt so ein Haus aus Marble. Ich weiß nicht, es gibt immer diese, 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 diese Haustutorials, kann man sich angucken auf YouTube, äh, die, da gibt's, da gibt's richtig geile Ideen, also manche Leute haben echt, haben echt richtig geile Ideen für Häuser und, äh, ja, bauen sich halt richtig geile Häuser, wa? Aus Marble, so moderne, wie, 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 als wären sie aus Hollywood quasi, wie, wie kann ich mich denn jetzt mal runterbauen, Mensch? Bisschen blöd, wa? Warte, vielleicht geht das aber, wenn ich, ich bräuchte vielleicht einen Wassereimer, ja, ein Wassereimer wäre eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ja, komm, ich mach mal einen Wassereimer. Ach, macht wirklich einen Wassereimer, äh, so blöd, das nimmt wieder Platz weg, Mann. Äh, ein Refinder-Wasser, äh, Refinder-Wasser-Eimer, ja, ist egal. So, und da ich den Eimer dann sowieso mitnehme, würde ich sagen, dass ich den nochmal voll mache, weil ein einzelner Eimer nimmt, ja, warte, nicht rennen, ne? Nehmt auch nicht mehr Platz weg als, äh, 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 als einen leeren Eimer, genau. So, einmal hier vorsichtig runter, blablabla, blablabla. Jawoll. Warum sind hier denn keine Monster, ey? So. Ja, was, das gibt's ja nicht, nirgends sind Monster. So, wie gesagt, das Salz möchte ich liegen lassen, äh, das, äh, solange wir noch keine Tasche haben, weil wir können es ja, wie gesagt, eben craften auch. Und deswegen, ja, deswegen, ich glaube, das lohnt sich, von, von daher gesehen lohnt sich das, glaube ich, überhaupt nicht, äh, jemals Salz mitzunehmen, theoretisch, aber, ich meine, es ist halt gemütlicher, ne? Weil du kriegst ja mehrere auf einmal und craften ist dann, glaube ich, doch recht umständlich, immer wieder Wasser holen in die Werkbanken, ja. Manchmal hakelst du ein bisschen beim Block abbauen, ne? Komisch. So. Da haben wir so ein paar Shader-Bugs, aber das ist ja ganz normal. Wie gesagt, dieser Shader ist wirklich, äh, qualitativ sehr, sehr hochwertig. Der spackt kaum mal ab, ne? Der zappelt nicht und nix, also irgendwie... Weil, es gibt ja doch viele Shader, wo, wo dann irgendwie, ach, die, 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 die irgendwie total hässlich ausschauen, weil der Schatten einfach nicht da bleibt, wo er sein soll. Einmal ist er da, einmal ist er da Zappelt immer so hin und her Das ist dann doch ein bisschen blöd So Und der, der gibt auch so ein bisschen Farbe mit rein Das mag ich ja auch sehr gerne So Ja, aber kein Monster Das kann doch nicht sein Ich muss ständig gucken, ob ich wirklich auf Dingens hab Kein Monster weit und breit Das gibt's ja nicht Doch, bei Roller Ja So 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 Nimm wir die noch mit Und ich würde jetzt echt gerne mal wieder so ein paar Zombies kennenlernen Ehrlich gesagt Also Zombies sind mir die Liebsten Also wirklich Ich mag, also ja Weil, wegen Loot und so Ach guck mal Ach, guck mal Das ist ja auch Irgendwie, ne Schöne kleine Treppe Dass ich hier schön ans Eisen rankomme Das ist doch schön Wer auch immer diese Schlucht gebaut hat War ein netter Bestimmt Alter Hallo So Äh, ja Auch Kohle Kohle können wir auch noch gebrauchen So, ne Kohle können wir auch noch gebrauchen Warte mal Ich trinke mal eigentlich was Boah, muss ich jetzt mit links machen Mach ich eigentlich mit rechts Jetzt muss ich da so um den Mikrofonarm rumgreifen So komisch So Oh, wie viel hab ich denn eigentlich noch Wie viel Spitzhacken Oh, das geht noch Oh, ist das Das ist ja noch wunderbar So So Vielleicht stelle ich ihn mal In der Fackel rein Das hier nicht unbedingt Etwas spawnt Ha Ha Ja Forever alone Was geht denn hier ab Eine Schlucht in der Schlucht Wie weit geht denn das runter Oh, guck mal Da hinten sind Ähm Ich glaube Vorsicht Hier bin ich gerade Wirklich ein bisschen paranoid So Es könnte immer überall Irgendwo ein Skelett sein So Ich glaube Tatsächlich Dass das Ähm Jo Essenzbären sind Oh, guck mal Level 29 haben wir Äh Nehme ich einmal mit Habe ich jetzt die Bären einzeln Ah, verdammt Ja, dann esse ich die kurz, wa So Ja Und dann Haben wir nämlich noch ein Level mehr Richtig geil So Jetzt wird es dunkel Jetzt werde ich gleich ängstlich Vielleicht sollte ich ein paar Fackeln in die Schlucht stellen Aber vielleicht auch nicht zu viele, wa Ja, vielleicht auch nicht zu viele Äh Wobei das schon ein bisschen gefährlich aussieht So Und da bin ich jetzt wirklich mal ganz vorsichtig hier Bin ein bisschen ängstlich Halt Oh Ach, es gibt immer diese eine Phase Ah, jetzt werden die Fackeln hell Wo die Fackeln extrem dunkel sind Vom Shader Da ist immer echt Da ist, äh Da ist, äh Da ist dann alles dunkel einfach Moment, warte mal So Ach, ich finde die Musik so schön Jetzt hier gerade für die Höhlentur Äh, finde ich das wirklich eigentlich ganz passend Mit der Musik Oder? Ist vielleicht Manchmal mag Vielleicht argumentieren ist, dass das Meer so Musik ist, um übers Meer zu, äh Planschen Aber Ich glaube dafür passt das auch ganz gut Äh So Hilfe Kupfererze nehme ich natürlich auch mit Wieder Da Ohne diese Kohle wäre ich ein Nichts Hallo Ja, guck mal einer an Oh Ja Ganz toll Jetzt, wo es da hinten so dunkel ist Wir haben endlich mal wieder ein Zombie gefunden Oh, wir haben acht Fleisch Jetzt bin ich halt am Überlegen Der Schnelligkeit wegen Vielleicht doch einen Rucksack gleich zu machen Wäre ja, glaube ich, ne Rucksack Ich verstehe das nicht Hier diese, diese, diese Buggy, äh Mittleren Rucksäcke Verstehe ich nicht, dass sie diese nicht endlich mal rausnehmen Weil Ich weiß noch von damals Ich habe auch damals Fiete Biesten mal gespielt Das ist aber eine Geschichte für ein andermal Ähm Ähm Da gab es das auch schon, ne Also da war auch Rucks in die Backpack-Mod drin Und, äh Ja Naja Sehr nice Und, ähm Da gab es das tatsächlich auch schon Diesen Bug Also ganz komisch immer, ne Mit den Backpacks Das ist wirklich seltsam Ach, schön mit der Rüstung hier So Das ist sehr gruselig Die Musik Boah Die Spannung ist echt, äh Wirklich kaum auszuhalten So, ich mache das präventiv gleich Ja Ja, ich mache präventiv das Eisenrein mal weg Ne, Moment So Ja, 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 ja Oh, da unten sind Zombies Ja, da ist die Schlucht in der Schlucht Ja Bleiben War so, war so toll War, war so klar Meine ich War Da wird auch meine Stimme mal kurz Batman-isch So Da geht's noch durch Hallo Hä Das war gerade ein bisschen verzögert Das Placen der Fackel Ja, was ist denn hier Hier sind irgendwie Irgendwie kaum Monster Und, äh Ich habe so das Gefühl Dass auch einfach Weil ich das die ganze Zeit sage Und einfach die ganze Zeit Darauf anspreche Dass hier so wenig Monster sind Dass ich bald mein blaues Wunder erleben werde Ich Ich weiß es ganz genau So Schön viel Aluminium hier Ich würde echt gerne Zwischenspeichern irgendwie, ne Kleefeld Oh Da ist noch ein bisschen Eisen So Warte mal Ich Ja Ah Ich versuche mal von hier aus Da drauf zu springen Alles klar Geht Anders wäre ich hier niemals drauf Komme Aua 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 Alter So Warte Nein, nein, nein Bitte nicht Das hätte ich jetzt nicht gedacht Hallo Batman Okay Ein bisschen Kohle Also man muss sich wirklich überall Davor achten Nicht zu sterben Wobei Das geht Wenn Kieser auf einen drauf fällt Solange man ausweichen kann Aber ich glaube Wenn ich jetzt in einer kleinen Bucht gewesen wäre In einer Block Bucht Wäre ich dann auch rausgekommen Wobei doch, oder? Ich glaube schon So Ich glaube Kohle Äh, Kohle Ich glaube Kohle haben wir dann mittlerweile auch schon wieder sehr viel Äh Einfach mal Oh Ja Das habe ich gewusst Deswegen habe ich da einfach mal Genauso wie ich gewusst habe Dass hier Lamestone ist Habe ich jetzt Lamestone Habe ich da jetzt auch Lamestone abgebaut Nee, ne? Kies Würde ich eigentlich auch Theoretisch gerne immer sammeln Für Wege und so Wenn ich den benutze Kann man Kies Chisel Boah, das wäre ja interessant Oh, Moment Tut mir wirklich sehr leid, Leute Ich muss heute echt Häufig zum Kaffee greifen Weil Ne, weißt du ja Kehle Und so Ist ein bisschen trocken heute Boah Ist aber auch allgemein sehr Trockenes Wetter Die letzten Tage Die letzten Tage natürlich Also Oder halt sehr heiß Und das hier Äh Im April Schon so heiß Also wir haben jetzt hier Zumindest Äh Haben wir Knapp 30 Grad Heute Knapp 30 Grad Oder Zumindest stand es im Wetterbericht Ich glaube wir haben wir vielleicht so 25, 26 Grad Oder so Aber das ist schon Also es ist schon sehr warm Und das kam auch so plötzlich Ne So Da geht's rein Ah Da geht's auch sehr weit rein Moment da Ach da hab ich wahrscheinlich was abgebaut Ne Ja Ich Ja Ich erinnere mich Hallo So Können wir hier vielleicht mal Das Wasser finde ich blöd Ja Wobei Das ist eigentlich Warte mal Warte mal Ach Ja Ja Das äh Ich bin wie man vielleicht schon gemerkt hat Teilweise ein Vollhonk Hallo Da Hallo Ist da jemand Nein Komm 1.000 Fössler Gefährlich Wir sind mehr auf der Spur Ich muss auch Stöber halten Hier Kupfer Das baue ich mit meiner Axt ab Geht nicht Komisch Seltsam Warum ist Minecraft nur so komisch Hm So Ich weiß es Sie verfolgen mich Sie verfolgen mich So Sie zeigen sich nicht Aber sie sind da Ich weiß es genau Wo versteckt ihr euch Kommt raus Ihr bösen Kreaturen der Nacht Nö Wir haben keine Lust Okay Dann vielleicht nächstes Mal Entschuldigung So Also Kohle finden wir echt reichlich Ne Oder noch was Nö Und wenn Dann wäre es mir auch gerade mal egal Glaube ich Einfach nur Weil wir so viel Kohle haben Und weil ich so So ein Ah So dekadent bin Oh Hä Habe ich beide nicht gesehen gerade Vielleicht soll ich mal Ja bringt gerade auch nicht viel Es wirkt gerade wieder hell Deswegen wird es erstmal dunkel Ja Moment Muss ich mich mal gerade kratzen So Ähm Halt So Aluminium Nehme ich gerne mit Zack Habe ich jetzt nochmal ganz kurz Gesprintet Was Bruchstein Warum Ist das von mir Ne Oder Achso Warte mal Das ist ja mein Wasserfall Ne Stimmt Das war ja meiner Ach nee Ist aber doch noch einer Ich hatte irgendwie Weil ich hatte gerade im Kopf Dass das ja nicht meiner war Äh Ja Vielleicht wäre es an der Zeit Äh Mal Hinunter Zu steigen In die Tiefen Des Grauens Und die Kohle lasse ich mal da Ja komm Oh Gott Oh Gott Ich würde da Hier vielleicht Ja Da ist sehr viel Lava Boah Ob ich hier so einfach Wieder rausfinde Ja Da ist doch noch ein Einzelner Was soll denn das Tutorial How to Ähm Das Inventar voll haben Ist das jetzt auch Gurkensalat oder noch hier Ähm Keiner da Boah Boah Das Ja Das waren die Kupferbären Die machen Aua Mann Und ich erschrecke direkt so ey ETF So Hab ich jetzt Äh Ich habe Kupferbären genommen Äh Warte mal Was wollte ich denn gerade Machen Achso Wollte gerade ein Lied wechseln Weil es so leise war Jetzt ist das überflüssig geworden Deswegen wusste ich gerade nicht mehr Was ich machen wollte So Ob das so gut wäre Ach komm Äh Äh Ist wohl nicht so viel Vielleicht hätte ich mal die Wasserquelle lieber Das nervt mich auch Weißt du das So ein bisschen nervig finde ich das Was jetzt richtig doof wäre Wäre ein Skelett Boah Hier allgemein mit der ganzen Lava Wäre ein Skelett doch sehr doof Wobei Man sich natürlich auch hier Äh Schnell wieder ins Wasser retten kann Alter Boah Das ist ja furchtbar mit dem Wasser Alter Furchtbar Sauerei Alter Boah Warte mal So Äh Jetzt kommt das von da ne Ach Alter Lass mich doch mal Boah Das gibt's doch gar nicht Alter Schwede Ah Das Das geht auch ab Alles klar Das ist doch nötig gewesen Nö Muss ja ein bisschen sparsam sein Vielleicht Wir haben nur noch Wir haben nicht mehr so viel Erde Aber wir haben natürlich auch Cobblestone Alter Ja das wurde genau der richtige Ton dafür Boah Boah Wie soll ich denn durch die Lava kommen Könnte ich die vielleicht Hiermit Etwas Von meiner Meinung überzeugen Geht das? Das geht So weit Gut Okay Warte mal Also das Wasser hier Ne Das finde ich auch noch Nicht so gut Na Boah Boah Alter Schwede Boah Hör mich hier hoch So Oh Lapis Lazuli Wenn ich das so richtig sehe Äh Jetzt Zack Und zack Jawohl Haben wir das auch weg Dann können wir normalerweise Hier mal Entlang Äh Gut Klappt noch nicht so ganz Boah Alter Nerv nicht Wasser Nerv einfach nicht Bitte Boah Ist hier viel Wasser Ist hier viel Wasser Lass mich doch Meine Güte Okay Wir müssen da echt Gerade erstmal was unternehmen Also das ist furchtbar Das geht gar nicht So So viel Wasser Ist für mich als Gamer Auch sehr ungewohnt Äh Oh Geh aus Mann Geh weg Oh Das nervt ja Dieses Wasser Mann 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 Ist ja fast so gruselig Wie in der Dusche Also nicht dass ich die jemals Betreten würde Aber ich hab Ich hab von Gerüchten gehört Und die Werden sich bösern Hallo Ja was Achso Warte So Reicht das Ja Ich glaube das reicht Jawohl Ist das Schießpulver Äh Schwarzpulver Meine ich Ja da hat's wohl Ein Creeper erledigt Aber Brauch ich nicht Äh Ja Oh Gold Ne Das Gold Nice Cool Ja hier sind wir natürlich auch ein bisschen tiefer jetzt Ne Also ein bisschen sehr viel tiefer sogar Kupfer Kupfer Äh Achso mir Fucken ist irgendwie blöd Naja Hi Digga So So Sehr gut Schön Gold mitnehmen Schöne Jolt Können wir gebrauchen für Weiß ich nicht Gleise vielleicht Hallo Alter Warum Warum denn so langsam Also ich verstehe dass man vielleicht ein bisschen langsamer ist im Wasser Aber So langsam muss es ja nur wirklich auch nicht sein oder Steinsatz Ich habe gerade erstmal Steinerz gelesen Da habe ich schon gedacht Hä Was Alles klar Kann ich da irgendwie so Mal so ein bisschen Ah Ah Das sieht schon besser aus Jawohl Ähm Ja Ich würde eigentlich die ganze Lava am liebsten weg haben Zumindest Ja die muss ich eigentlich umbauen Warte mal Das geht ja eigentlich ganz Nein 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 Oh Warte mal Jetzt brauche ich Cobblestone Halt Halt Stop Stop it Mensch habe ich Mist gebaut Verdammt So Äh Das geht ne Oh Warte Was ist da Das sieht irgendwie ein bisschen gefährlich aus Komm Pff So 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 ein bisschen vorsichtig Bei so viel Lava Da bin ich doch mal ein bisschen vorsichtig ne Ich werde dieses Geräusch gerade jedes Mal Ich erschrecke zwar nicht mehr so Aber ich denke mir Na ja Hilfe Was ist da denn schon wieder Oh So Ich denke mir Ich bin